das waren nur die solarpaneele die im eimer sind und der mystery container leiter wenn ihr nicht nur falsch um haben geht aber alles kaputt was da unten dran ist weil der aufschlag des hitzeschilds den fall nicht bremst mann 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 aber deswegen haben wir alle seien rausgenommen es ist nur ein bisschen geldverlust den wir haben schlimmsten falls du machst es aber spannend auf jeden fall muss die rakete nicht für mehrere verwendung geeignet wir müssen die entglitschen ja aber schlechte tanks weiter außen hinsetzen damit nicht kollidieren weil die tank selber mit dem sie verbunden sind sind entkoppelt gegenüber dem anderen aber die kappen nicht ja die keine direkte verbindung mit dem container haben er fehlt dann falsche ja das ist ja neue strippenlose ultraschirm das ist eine ganz dünne strippe ich habe das gefühl dass nicht so viel halten wurde wie die anderen erholen die sich wieder die kühlen ab guck mal die sind doch rot glühend hier da achtet sind achtet sind wahrscheinlich einfach nur temperatur dinges und wenn die rot sind dann sind sie im arsch wenn sie zu heiß werden ja waren kurz vorm explodieren auf jeden fall hat nicht viel gefehlt rufen vater pro sekunde erreicht bis sechs meter pro sekunde hält das hans junior aus wir haben genug schirmer wunderbar die kargo bay aber eigentlich hält auch alles fünf meter pro sekunde aus ja fünf meter ist alles aber es wäre knapp geworden dann mit den landefüßen dann wäre die kiste zu schwer gewesen ja alter falter wir haben uns jetzt nach hause gebracht ja wahnsinn die erste außenmission vor dem mond die wirklich erstmals wirklich aus dem mond zurückgebracht haben und nicht nur die reports gefunkt haben wahnsinn das muss ein arsch voll silence geben 518 462 haben wir eingesammelt wow 8000 haben wir von den teilen wiederbekommen das geht wenn man überlegt was das dinge kostet 7 xp direkt auf level 2 so dann gehen wir mal ins trekking center und sammeln wir noch den schrottei die wir hinterlassen haben bei der ganzen aktion so dann hat er auf dem launchpad vor 18 tagen und die ganzen stages die wir abgeworfen haben die den fallschirm haben ja oh jetzt haben wir viel zu erforschen jetzt können wir ein bisschen was jetzt kommt jetzt können wir auch hier durchaus die räder kommen wir vielleicht dahin die räder kommen wir vielleicht dahin das waren doch die hier das sind doch die die müssen wir da müssen wir hin die 500 genau und über das forschungslabor ja das processing lab brauchen wir auf jeden fall die leitern brauchen wir aber mehr streifstoffe in den tuch zu brauchen wir brauchen uns die großen roccomax dinger jetzt müssen wir mal brauchen wir die roccomax tanks und hinten die großen tanks auf jeden fall und wir brauchen die dicken dinger pool und die skipper vectoring ja 2 grad vectoring eignet sich also als haupttriebwerk hier ist noch ein main cell ist ein bisschen größer aber die hat auch mehr die können wir 1400 in atmosphäre 1500 im vakuum die haben wir aber nicht 1500 noch was haben wir aber noch nicht fehlen noch ein paar signs ja jetzt könnten wir theoretisch ein space lab starten was ist denn da ok nuklear antrieb cool das hat auf jeden fall was für satellitige navigation ja der ist aber wirkungslose atmosphäre da kommt ein schub der ist fast nur für vakuum geeignet aber auch von den anderen hier was noch mitnehmen da haben wir ja nicht da können wir noch was jetzt eigentlich nichts rcs-düsen rcs-düsen die kleine kleine landekapsel vielleicht vielleicht also rcs-düsen denke ich könnten schon ein bisschen was bringen wenn wir rcs-düsen 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 machen und nochmal über den Boden rutschen hier und dann noch ein paar Daten einsammeln. Ja. Das Labor damit füttern. Das heißt wir machen ein Laborauto. Richtig, ein Laborauto. Das kommt mir bekannt vor. Das haben wir schon mal gemacht. Im Glück haben wir jetzt mehr als ein Wissenschaftler. Weil wie viel Labor mindestens zwei Wissenschaftler brauchst du denn gefährt? Richtig, das habe ich mir auch schon gerade gedacht. Und der Nimm ist zurück und bringt das ist halt ins Bonus sogar. Hatte irgendwelche Knautschzone-Technologie. Junkyard and Spade is Craft Parts. Das ist Toleranz 8 Meter pro Sekunde. Eine Kapsel ist besser als 40 Meter pro Sekunde. 40 Meter pro Sekunde für die Flugzeugkabine. Ja. Die hat 45 Meter pro Sekunde. Jetzt weißt du warum die unmögliche Rakete gelandet ist erfolgreich. Bei 45... Das ist eine der zuverlässigsten Kapseln was Aufschlag auf dem Boden angeht. Die Flugzeugkabine haben ein stärkeres Gyroskop drinnen. Doppelt so stark. Deswegen sind Flugzeuge, die das Ding als Hauptding benutzen nicht so effektiv. Und nicht so stabil. Gut. Jetzt wird ein Flugzeug mit einem Offenmarkstank betrunken. Ach das Ding als Sondenkopf. Genau da ist oben. Dann brauchen wir... Das ist ja gar kein Sondenkopf. Das ist ja... Vom ... Wenn wir hier wenigstens noch Zeit kriegen, dann können wir hier die großen Solarpaneler erforschen können. Solarpaneler ran klatschen. Kommt da hennn... 1 lab ran junior oder vor der müsste riku barometer thermometer brauchen eine antenne weil nämlich seines übertragen wird von dem labor normalerweise und wir können ja noch bodenproben nehmen die fehlen uns nämlich auch so haben wir dann irgendwo leitern gekriegt ach so ausfahrbare leitern ja die frage ist wie lang sind die empfohlene belastung 0,5 kürbel ok das ist so vollschrumpen angeboten ach, sag bloß er muss nach unten zeigen so 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 ein bisschen dazu notwendig 70 das ist ja was ist das das ist was das ist was ist Das war's. Jetzt wird das Ding umkehren. Das war der Plan. Wir haben noch keine richtigen Roverräder. Das ist das beste was wir machen können. Die steuerbaren Räder, damit die sich schön drehen können. Noch nieder ran. Ortbewegung. Alle lineare RCS Düsen. Hier. Hier. Dann können wir vorwärts und drückwärtsen. Das reicht völlig aus. So haben wir einen RCS Tank. Der kommt jetzt. RCS Tanks von der Rokomax Größe. Warum nicht? Der Space Lab ist auch so groß. Naja. Da kommen die Körbels auch noch ran. Können sie vielleicht ein bisschen tiefer legen das ganze Gefährt. Können wir hier ein bisschen dran spielen. Können sie auf jeden Fall ran. So. Das ist der Körplora. Ohne Caps Lock wenns geht. Komischer Name. Reichen. Zwei Wissenschaftler. Minimalbesatzung. Äh. Fehlt noch was. Aber echt Stress. Wir machen das ganze ja damit das hier besser wird. Und dann gucken was noch in Kohle übrig haben. Äh. Falsche Taste. Mhm. Ich hab ne Idee. Die Stadt ist jetzt einfach offen. Genau. Auf der Startbahn statt hier. Da gut überdecken. Ich glaub von den oben her wandern wollen wir auch nicht. Jetzt sollte da reichen. Das Speichern war. Dann gehen wir hier raus und laden wir das Ding einfach in dem Raketen Ding. Dann ist hübsch. Dann können wir's nämlich starten. Tada. Tada. Flugzeugen sollte man jetzt nicht machen die da rüber zu fahren auf die Startbahn ist ein bisschen tricky. Aber mit dem Ding sollten wir klarkommen solange wir nicht in die Rille rein fahren. Ja. So. Ich hab keine...